Ja, das sollte eigentlich ein ICE sein, ist aber kein jetzt ein ÖBB-Waggon, weil der ICE hat es nicht geschafft nach Wien. Wir fahren jetzt bis Passau, dort wartet dann eigentlich der ICE, dort sollte man dann umsteigen in den ICE. Aber mal schauen, ob das klappt. Interessanterweise gibt es auch nur im ersten und im letzten Waggon, alle anderen funktionieren leider nicht. Wir sind aber froh, wir haben eine Lokomotive. Wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier, wir sind hier. Das ist die Ausbildung, sich wirklich plässlich in den Sitzpäuster einzulassen. Ich habe Angst davor, dass das hier in den ganzen Stunden zerstört war. Ist egal. Wahnsinn, oder? Was haben wir da? Die Musik? Ja. Sonst härt.